Hi, willkommen zur 108. Folge vom Let's Play mit der Familie Reuss. Und, ähm, ja, wir sollen ja eine leckere Gruppenmahlzeit zubereiten. Das könnten wir eventuell machen. Und wir hätten heute eigentlich einen Ausflugstag gehabt. Das ist natürlich schade. Ich finde es nur blöd, dass da irgendwas steht von wegen, wir hätten die Schule geschwänzt. Haben wir aber gar nicht, denn es ist Schneetag. Da können wir ja leider nichts dafür, dass dann heute der Ausflug auch gestrichen wurde, wenn auch die Schule gestrichen wurde. Naja, das werden wir schon überleben. Ähm, was haben wir denn hier so für Wünsche? Ach, eigentlich sind die ganzen Pferde Wünsche doch dämlich. Wir kommen sowieso nicht zu den Pferden mit der Katze, weil ja das für Tiere gesperrt ist. Der Ort. Und deshalb können wir doch so sein lassen, dass sich Phoebe sowas wünscht. Ähm, ja, die beiden müssen jetzt erstmal eine ganze Weile schlafen. Obwohl es Maya schon wieder nicht so gut geht. Dann kann ja Jamie ein bisschen als Babysitter fungieren. Der muss sowieso sich ein bisschen an seine beiden... Oh, warum musst du eben mehr rausgehen, Jamie? Äh, er muss sich sowieso ein bisschen mit seinen beiden Halbschwestern anfreunden, würde ich sagen. Dann können wir das auch gleich mal nutzen. So, die Phoebe wird, ähm, dann den Napf geleert haben. Dann können wir den auch füllen. Okay, Single-Kram hätten wir auf jeden Fall. Und dann kann sich Jamie um seine Halbschwester kümmern. Yay! Und Sophia sollte dann auch bald aufstehen. Darum können sich der Jamie ja dann gleich als nächstes kümmern. Und ja, Theresa kann noch ein bisschen ausschlafen. Ich denke mal, wir kümmern uns dann ein bisschen um die Pferdies. Ich würde sagen, Salto kann ja mal wieder herhalten als Turnierpferd. Ihr beide kümmern euch umeinander. Ja, das sieht gut aus. Das sieht sehr schön aus. Aber geh erstmal dich ein bisschen um dich selbst kümmern. Ein bisschen Heu verteilen sollten wir dann auch bald mal wieder. Und dann kannst du hier auch ein bisschen springen üben. Oder mach das... Ah, du machst das gerade. Ähm, geh mal lieber ein bisschen Heu fressen. Und Ramira kann eigentlich einfach nur in ihren Stall gehen. Ein bisschen pieseln. Und dann ein bisschen rumgaloppieren und machen, was sie möchte. Ja. Wie sieht denn eigentlich deine Fähigkeiten so aus? Spring Level 6 bei Salto. Wow, Level 9. Das ist ja der Hammer. Okay, Jamie kümmert sich um sie. Und kann sie danach auch gleich nochmal wickeln. Ist ja ein bisschen schade, dass ich immer erst die ganzen Grafiken laden müssen, wenn man so viele Sachen hat. Aber, ja, so ist das eben mit dem großen Haus. Okay, Philipp sollte dann als allererstes was essen. Er ist echt hungrig. Nehmen wir mal Arme Ritter. So ist halt das Lied. Und danach kann die Maya dann auch in ihr Kinderbett gelegt werden. Und jetzt sollten wir mal die Sophia aufwecken. Sonst ist sie wieder zu wach. Und dann kann auch ihr Outfit gewechselt werden. Und Jamie kann sich ein bisschen mit ihr anfreunden. So, so passt das eigentlich ganz gut. Und dann kann die Sophia auch gebadet oder gewickelt werden. Machen wir mal lieber nur baden. Weil bei Wickeln kann auch was schief gehen. So, Theresa macht ihr Bett. Öffentlich. Ja. Dann ziehen wir uns mal um. Und die Kleidung auf die Wäsche leider hängen. Und dann mal raus zum Salto. Der jetzt erstmal ein bisschen was futtern sollte. Damit wir hier auch beide stattklar sind. Obwohl, die Theresa könnte auch erstmal noch was essen. Dann sind wir für den ganzen Nachmittag gewappnet. Ja, essen wir ein Käsebrot. Okay. Ja. Das läuft doch ganz gut. No. Och, es ist nicht niedlich. Die beiden. Ja, das ist schon gut, dass die sich ein bisschen anfreunden. So heute mal untereinander, unter Geschwistern auch. Der soll ja nicht der böse Stiefbruder sein oder so. Oder Halbbruder. Da, Halbschwester, da steht's. Die sollen sich ja gut miteinander anfreunden und sich lieb haben. Der Jamie soll sich ja auch um seine kleinen Schwestern kümmern. Und sich um sie sorgen. Und ja. Setzen wir die Maya, äh, die Sophia runter in den Dingens? Oder? Äh, wo ist die? Ich will sie anklicken. Da, kitzeln. Ja, ich glaube, wir setzen sie erstmal lieber hierher. So, kannst du absetzen und füttern. Und dann machen wir irgendwie was selber. Fibi schläft. Oh, Fibi braucht so viel Soziales. Wir haben uns letztens zuerst mit ihr beschäftigt. Und sie ist schon wieder der Soziales auf die Hälfte runter. Das kann doch einfach nicht angehen. Man braucht irgendwie unbedingt Fische, die wir da reinsetzen können. Aber es ist ja Winter. Obwohl, wir haben hier ein Engelhai. Aber das wäre der einzige, den wir da reinsetzen können. Oder wir machen ein Hummer-Aquarium. Ach komm, setzen wir die ganzen Hummer rein. Yay. Und noch ein Engelhai dazu. So. Dann können wir die Sache auch füttern, beobachten. Wenn die Sophia hier was futtert und dann aufs Töpfchen geht. Und dann können wir uns auch mit der Sophia ein bisschen beschäftigen. Wir können hier ja was vorlesen. Wir haben hier doch bestimmt... Oben haben wir doch bestimmt mit der... Genau, können wir das hier lesen. Und Theresa, wo bist du? Hast du was gegessen? Ich hoffe doch. Obwohl du jetzt hier rumstehst und nass bist. Sato, was macht ihr? Naja, ich schnüffelte euch. Das könnt ihr gerne machen. Und die Salira kann jetzt erst mal ein bisschen springen üben. Und die Theresa kommt dann hier hin. Sato, kannst du graben. Äh, grasen oder so. Und Ramira darf auch machen, was sie möchte. Yay. Ähm, hoffentlich geht ihr dann an einen Ort, wo ihr ein bisschen mehr Platz habt. Ähm, Jamie, warte mal kurz. Damit wir nicht erst sonst wohin laufen müssen. Ich hoffe, dass das ist genug Platz für euch beide. Ähm, ich hoffe es mal einfach, dass da so genug Platz ist, damit die beiden nicht erst sonst wo hinlaufen müssen. Wir werden es hier sehen. So, dann freuen wir uns mal mit Salto an. Ziehen wir lieber was ordentliches an. Ähm. Wir werden ihn loben und Halsgrau. Und ein bisschen pflegen. Und dann sollten wir aber auch schon mit ihm los. Denn es ist bald 17 Uhr. Das schaffen wir wahrscheinlich eh nur einmal. Für heute. Aber wir haben mal wieder ein Reitturnier. Das ist doch schon mal was. So, jetzt bin ich gespannt, ob sie sonst wo hin gehen oder ob sie jetzt einfach hier sitzen bleiben. Weil hier ist eigentlich genug Platz. Ich hoffe, dass wir das zu schaffen. Es scheint so. Oder? Ja! Sehr gut! Super! So habe ich mir das vorgestellt. Huch! Ey! Au! Au! Ist das nicht süß! Wint? Jo! Au! Die sind ja zu niedlich, oder? Der große Bruder und die kleine Halbschwester. Wie sie zusammen ihr Buch lesen. Au! Ja, mache ich natürlich auch nicht, damit sie sich miteinander ein bisschen anfreunden. Das sollte eigentlich ganz gut klappen, wenn sie zusammen ein Buch lesen. Und da kommt die Emily! Ja, ich glaube, die Eltern sind langsam auch wach. Ja, die Emily freut sich natürlich, dass sich der Jamie so gut um die kümmert. Ich gehe erstmal duschen. Maja geht's ganz gut. Ist doch schön, dass sich die Eltern gar nicht drum kümmern müssen, dass der Jamie schon alles in der Hand hat. Und wo ist du? Natürlich draußen. Wo sonst? Ist klar. Wir haben auch noch nie hier irgendwie Pizza gebacken oder sowas. Sollten wir auch mal machen. Ja, du kannst dann dich erstmal ein bisschen in den Garten kümmern, würde ich sagen. Oder wir gehen in die Sauna. Das wäre aber auch cool. Wir können einfach mal in die Sauna gehen. So gemeinsam nachher. Aber Philipp hat ja noch ein bisschen Zeit. Können wir auch erstmal doch nochmal kurz in den Garten gehen. Huch, das war nicht zu viel. Können wir vor allem die Pflanzen hier wegwerfen. Das ist ein Weinstock und Tomate. Okay. Da haben wir doch garantiert auch noch was davon da. Wow, was wir alles schon so geholt haben. Geerntet haben, meine ich. Und jetzt sind sie schon mit einer Nahten gefreundet. Schön. Das freut mich. So, und ihr beiden lauft los. Sehr schön. Ist jetzt schon fast 18 Uhr, aber egal. Einmal schaffen wir das auf jeden Fall. Wo gehst du hin, Philipp? Nein, es ist Winter. Wir geben kein süßes oder saures. Dummes Kind, du bist zu spät. Was ist das denn? Sophie, das kannst du doch nicht machen. Du kannst hier gerne im Herbst vorbeikommen, aber doch nicht im Winter. Du bist doch blöd. So, und jetzt ein bisschen aufsitzen. Und dann können wir mit ihm zum Turnier. Bis schnell. Wir haben, glaube ich, schon ewig nicht mehr die Post geholt und so. Können wir dann auch mal machen. Aber jetzt geht's erst mal auf zum Reitsportturnier. Ist auch gar nicht so weit entfernt diesmal. Ich glaube, wir machen ein Querfeld-Einrennen. Ein internationales. Wir sind zwar eigentlich schon ein bisschen aus der Form, würde ich sagen, weil wir schon lange nicht mehr trainiert haben, aber vielleicht schaffen wir das ja trotzdem. Wo ist denn hier der Mülleimer? Ich weiß jetzt gar nicht, wie weit der jetzt dafür laufen muss. Ob ich den denn... Ach ja, da steht der. Naja, das geht doch als Weg. Boah, das haut hin. Oh, was machst du? Ach ja, du räumst es weg. Haben wir dort oben gar keinen Mülleimer? Wir haben doch hier eine Müllpresse. Funktioniert die nicht, oder? Oder müssen wir den Müll mal wieder rausbringen? Können wir auch machen. Und dann gehen wir aber auf jeden Fall mal in die Sauna. Ich will unbedingt mal die Sauna ausprobieren. Das haben wir bisher noch gar nicht gemacht. Wir haben so einen schönen Saunaraum und dann machen wir das gar nicht. So, da ist Joan-Rennen. Und bin mal gespannt, wie gut wir sind. Wir können ja schon mal schauen, wie wir so am Anfang sind. Und ob wir da denn überhaupt eine gute Chance haben. Momentan sind wir noch auf Platz 12. Und ihr wird es noch besser. Teresa. Salto, strengt euch an. Äh, ja. Okay, wir steigen stetig. So ein bisschen. Ach ja, ihr habt ja hier zu Ende gelernt. Dann kannst du das eigentlich auch wieder ins Bücherregal tun. Jo. Und dich erstmal kurz um Maya kümmern. Heute ist Jamie-Baby-Sitting-Tag. Und Sophia, hast du da schon zu Ende gelernt? Äh, ich hab da gar keine Ahnung von. Und wie geht's dir, Phoebe? Ganz gut. Das freut mich. Dann kann sich eigentlich Jamie auch nochmal um dich kümmern. Heute ist Jamie so ein bisschen der Zuhause-Bleibt-Tag für Jamie. Ist doch auch mal was ganz schönes. Es schneit eh draußen. Was soll er sonst machen? So, dann kannst du Maya wieder ins Kinderbettchen legen. Und dann gehen wir zu Phoebe. Und, ähm, beschäftigen wir uns mit ihr. Oh, wie weit ist Therese? Oh, Platz 7. Das ist nicht so gut. Und, ähm, da war das Internationale wohl doch nicht mehr ganz so gut. Machen wir das nächste Mal wieder nur das Fortgeschrittene. Aber vielleicht schafft wir es ja auch. Aber wir sind ja auch Level 9 und 10. Und sie hat, glaube ich, hat sie schon Level 10 bei Reiten geschafft? Ich weiß es gerade gar nicht. Ähm, oh, nein. Okay, erst mal Level 8. Dann ist klar. Ah, wir sind schon Platz 5. Platz 4! Vielleicht schaffen wir sogar noch eine Medaille, beziehungsweise einen Pokal zu gewinnen. Aber Platz 4 ist auf jeden Fall schon echt gut. Wir kriegen auf jeden Fall Geld. Ja, Platz 3! Wir sind Platz 3! Yay, und Maya hat Geburtstag. Warte, ich will erst mal das sehen. Yay, wir sind Platz 3 gewonnen. Super! Ich habe gerade zwar nicht gesehen, wie viel Geld wir gekriegt haben. Aber egal. So, dann... Kannst du das schon mal benutzen? Haben wir irgendwo... Ah ja, wir haben ja hier auch einen Spiegel. Super, dann kann sich Maya auch gleich umstylen und so. Okay. Sehr gut. Nein, wir machen keine Zorni-Attacke. Und du kannst dann auch mit in die Sauna... Äh, wir haben einen Liebesbrief von Shark Wicket gekriegt. Okay. Und Theresa hat einen Brief von Patrick Braun gekriegt. Und von Barrington Diamond. Und Jamie noch von Jade Greenwood. Okay. Ja, so ist das. Okay. Ähm, wie sieht denn die kleine Maya jetzt aus? Okay. Hat auch braune Haare. Also, die Kinder von Jamie und Emily... Äh, von Philipp und Emily sind nicht blond geworden. Ist aber auch ganz okay. Ähm, ja. Ich würde sagen, dass ich sie jetzt umstylen werde und das an die Folge ranhängen werde. Ich denke, das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Und wir machen dann in der nächsten Folge weiter. Mit, äh, Emily und Philipp in der Sauna. Und, äh, so Krams halt. Ähm, ja. Und ich hoffe, euch gefällt jetzt das kleine Umstyling von der lieben Maya. Und wir sehen uns dann am Freitag hoffentlich wieder in der nächsten Folge. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen restlichen Abend. Nachmittag. Tag. Also ich. Und ich sage Tschüss. Und ich sage Tschüss. Und ich sage Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020